Erst vor kurzem haben wir diesen NZXT-PC gebaut, der auf die bekannte Kraken X62 Kompaktwasserkühlung gesetzt hat. Genau dieses Modell gibt es mittlerweile seit deutlich über drei Jahren und es ist nun Zeit für die nächste Generation. Neben dem direkten Nachfolger mit dem Kürzel X63 gibt es nun noch eine ganz neue Z-Serie, die anstelle der Infinity RGB-Beleuchtung ein vollflächiges und komplett anpassbares Display zu bieten hat. Was X63 und Z63 können und wie gut die Kühlleistung im Vergleich zum Vorgänger ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Vom neuen X-Modell wird es erstmal drei verschiedene Größen geben. X53 mit 240er Radiator, X63 mit 280mm Radiator und natürlich auch noch das X73 Flaggschiff mit einem 360mm Radiator. Bei der Z-Serie fällt das 5er Modell interessanterweise weg, hier gibt es also zum Start nur die Kraken Z63 und eine Z73. Ich bin mal gespannt, ob die Z53 vielleicht noch nachkommt, weil eigentlich sind die 240er Kühlungen recht beliebt und halt noch universeller einsetzbar. Bevor wir uns X und Z im Detail anschauen, werfen wir erstmal einen Blick auf die Gemeinsamkeiten und fangen beim Lieferumfang an, der ist nämlich komplett identisch. Wir bekommen zwei Lüfter, zwei Kabel, Montagematerial für alle gängigen Sockel und natürlich eine Anleitung dazu. Bei beiden Kühlungen kommt eine neue Pumpe zum Einsatz, mittlerweile die siebte Generation von AceTag, die sowohl leistungsstärker als auch nochmal etwas leiser sein soll. Bei den Radiatoren hat sich soweit nichts getan, die sind wie bei AIOs eigentlich üblich aus Aluminium, sind äußerlich gut verarbeitet und tragen seitlich das NZXT-Logo. Die mitgelieferten RP140-Lüfter sind ebenfalls bereits bekannt, die lagen bei der X62 nämlich auch schon bei. Man hat sich nach wie vor gegen RGB entschieden und setzt dafür auf generelle Performance, was auf jeden Fall nachvollziehbar ist. Wer lieber RGB-Lüfter verwenden will, kann das aber natürlich auch problemlos machen und ein neuer Vorteil ist dabei sogar, dass nun ein U2-Beleuchtungskanal integriert wurde. Ihr könnt also NZXT-RGB-Lüfter oder RGB-Streifen direkt über die Wasserkühlung anschließen und per Software ansteuern, ohne einen zusätzlichen Controller zu benötigen. Die Anschlüsse an der Pumpeneinheit wurden etwas überarbeitet und das ist sowohl gut als auch teilweise schlecht. Man benötigt nach wie vor einmal USB und außerdem diesen Kombi-Stecker, der dann in verschiedene Anschlüsse übergeht. Bei der Z63 sieht das aus wie immer, es gibt also SATA-Strom, den 3-Pin-Pumpen-Anschluss, 3 Lüfter-Anschlüsse und jetzt neu den U2-Port. Alles gut. Was ich allerdings beim besten Willen nicht verstehe, ist, warum man bei der X63 auf einmal die Lüfter-Anschlüsse weggespart hat, sodass man seine Lüfter nicht mehr ohne weiteres per Software steuern kann. Bei der X62 ja, Z63 auch ja, X63 nein. Macht für mich ehrlich gesagt wenig Sinn. Außerdem finde ich es etwas schade, dass die Kabel immer noch recht unschön sind. Zwar sieht es schon etwas besser und übersichtlicher aus als beim Vorgänger, aber der USB-Stecker steht ein gutes Stück ab, die Kabel sind nicht gesleeved, nicht irgendwie schön zusammengefasst oder ähnliches. Da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass NZXT sich hier etwas Schickeres überlegt. Mit zum Beispiel einem abgewinkelten USB-Stecker und einem Sleeve für die ersten paar Zentimeter würde das alles schon zehnmal besser aussehen. Die neue X-Serie behält wie gesagt das bekannte Design mit diesem Endlosspiegel bei, was ich sehr gut finde, weil es halt das Merkmal schlechthin ist, was die Krakenkühlungen in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht hat und außerdem mag ich den Look auch wirklich sehr gerne. Bei der X63 sieht das Ganze im Endeffekt einfach etwas schicker und moderner aus. Der Randbereich wurde überarbeitet und der RGB-Ring ist ca. 10% größer geworden, was im Betrieb schon echt richtig gut rüberkommt. Außerdem ist der Spiegeleffekt deutlich stärker zu sehen. Der obere Bereich lässt sich nun komplett drehen, um das Logo immer in der richtigen Orientierung nutzen zu können, ganz egal, wie rum man die Pumpeneinheit verbaut. Der Perfektionist in mir hält das auf jeden Fall für eine sehr sinnvolle Neuerung. Und dann haben wir da noch die Z63. Keine RGB-LEDs, kein Spiegeleffekt, aber dafür ein 2,36 Zoll großes LCD, das sich per Software komplett anpassen lässt. Man kann sich z.B. die CPU-Temperatur anzeigen lassen oder aber CPU und Grafikkarte gleichzeitig im Auge behalten. Man kann Bilder einsetzen, GIFs bzw. Animationen nutzen etc. und somit sind hier quasi keine Grenzen gesetzt. Die Darstellung ist auch wirklich gut, also Schrift und Bilder wirken scharf, die Farben sind kräftig und der Kontrast ist gut. Hier gibt es überhaupt nichts zu meckern. In erster Linie ist das Display natürlich Spielerei, aber ich finde es schon verdammt cool, weil man abgesehen von der schickeren Darstellung der Temperaturen somit auch noch weitere Möglichkeiten hat, ein bestimmtes Farbschema oder allgemein Thema umzusetzen. Sicherlich ist die Z63 nicht die erste AIO der Welt, die nun auf ein Display setzt, aber die gesamte Integration und Gestaltung ist meiner Meinung nach wirklich hervorragend gelungen und auch die neue CAM-Software macht bisher einen guten Job, was mit früheren Versionen ja leider nicht immer der Fall war. Ein Bild oder GIF kann man einfach öffnen, den richtigen Bildausschnitt auswählen und schon zeigt die Kraken das Ganze an. Neben dem Wählen des Bildausschnittes wäre eine Möglichkeit zum Skalieren allerdings noch schön, damit man möglichst simpel die Größe anpassen kann. Vielleicht kommt das ja noch per Update. Bevor wir zur Kühlleistung kommen, erkläre ich euch erstmal kurz das Testszenario. Da erst vor wenigen Tagen das Video zum NZXT-PC kam, bietet der sich denke ich ziemlich gut an, um die Kühlungen miteinander zu vergleichen. Wir testen also mit einem i7-9700K, der auf allen Kernen mit glatten 5 GHz läuft und dafür eine Spannung von ca. 1,33 Volt benötigt hat. Die CPU ist geköpft, läuft also kühler als ein normaler 9700K, was in diesem Fall aber eigentlich gar keine Rolle spielt, da wir ja einfach die drei Wasserkühlungen miteinander vergleichen wollen und die Bedingungen natürlich für alle drei gleich sind. Wir messen jeweils die Maximalwerte nach einem 15-minütigen Stresstest mit Prime95 und zwar einmal mit maximaler Pumpen- sowie Lüfterdrehzahl und einmal mit einem selbst angelegten Silent-Profil, bei dem die Lüfter mit ca. 900 Umdrehungen laufen und die Pumpe mit ca. 2200 RPM. Den Start macht die Kraken X62, die ja sowieso schon im NZXT-PC verbaut war. Mit dem Silent-Profil lag der Spitzenwert bei 82 Grad, während es mit der 100%-Einstellung maximal 75 Grad waren. Die verbesserte Kraken X63 kann sich ein kleines Stück davor setzen und kommt bei leisem Betrieb auf maximal 80 Grad, bei voller Power lag der höchste Wert hingegen bei 74 Grad, also man kann hier generell von ungefähr 1 bis 2 Grad weniger als beim Vorgänger sprechen. Dass hier keine dramatisch großen Sprünge zu erwarten waren, war, denke ich, von vornherein klar, immerhin wurde ja eigentlich auch nur die Pumpe optimiert, aber ich finde das Ergebnis dennoch vollkommen in Ordnung, da die Leistung etwas besser ist und die Pumpe gleichzeitig noch ein bisschen leiser geworden ist. Mit der Z63 gibt es hier natürlich keine Überraschungen, abgesehen von der Außenhülle gleicht sie der X63 und erzielt dementsprechend auch die exakt identische Kühlleistung. Die voreingestellten Lüfterprofile, die man in der CAM-Software findet, kann ich euch übrigens überhaupt nicht empfehlen, da selbst das leise Preset unter Lass sehr laut wird. Ihr solltet daher auf jeden Fall eine eigene Lüfterkurve erstellen oder aber einen festen Wert einstellen, das geht zum Glück auch beides ziemlich einfach. Damit ist es Zeit für ein Fazit. Wie bereits gesagt war ich schon immer ein Fan der X2-Kühlungen und sowohl die neue X63 als auch die Z63 stellen natürlich eine Verbesserung dar. Die Pumpen sind etwas leiser geworden, die Leistung wurde minimal optimiert und der nun integrierte U2-LED-Kanal ist eine tolle Sache. Die Einführung von gleich zwei neuen Produkten halte ich auch für eine gute Wahl, da man sowohl den bekannten Infinity Mirror beibehält, als auch ein sehr cooles neues Display zur Wahl stellt. Die Kritik an den beiden Modellen hält sich in Grenzen. Im Grunde hätte ich mir lediglich schönere Kabel und die immer dagewesenen Lüfteranschlüsse bei der X63 gewünscht. Das war dann aber eigentlich auch schon alles, was mir hier negativ aufgefallen ist. Zumindest bis ich den Preis gesehen habe. Die X3-Kühlungen sind noch ziemlich im Rahmen. Die X53 kostet aktuell 129 Euro, die X63 143 Euro und die X73 ist für 168 Euro erhältlich. Im Vergleich zu den Vorgängern sind das nur circa 10 bis 15 Euro mehr, also da kann man denke ich wenig kritisieren. Aber Z63 bzw. Z73 liegen preislich echt in einer ganz anderen Dimension. Laut UVP wurden 250 Euro für das 280er Modell und 280 Euro für die 360er Kühlung angesetzt und das tut natürlich schon richtig weh. Kurz gesagt zahlt man nur für das Display einen Aufpreis von gut über 100 Euro. Seit der Veröffentlichung letzte Woche ist der Preis aber immerhin schon ein bisschen gesunken und liegt aktuell bei 236 Euro bzw. 261 Euro. Trotzdem zu teuer, aber das lässt zumindest etwas Hoffnung auf eine waldige Preissenkung. Abschließend bin ich jetzt auf eure Meinungen gespannt, schreibt sie also gerne mal in die Kommentare und damit verabschiede ich mich. Macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020